Hallo, in diesem Video hier möchte ich mich mit dieser schönen Aufgabe beschäftigen, mit der ich mich ehrlich gesagt so ein ganz bisschen aus meinem eigentlichen Kernkompetenzgebiet der Netzwerkberechnung in den Grundlagen der Elektrotechnik herausbewege. Denn hier geht es um Felder, nämlich das elektrische Feld. Auch das ist eine Aufgabe, die mir mal ein Student per E-Mail zugeschickt hat. Vielen Dank dafür. Hier geht es um einen Zylinderkondensator, da ist eine Höhe gegeben und der hat ein geschichtetes Dielektrikum mit zwei verschiedenen Permittivitäten. Und hier sind Radii gegeben, das hier in der Mitte ist die Innenelektrode, hier gibt es praktisch eine Außenelektrode ringsherum, die nicht so richtig dargestellt ist. Und dann soll man zuerst mal eine Gleichung aufschreiben oder aufstellen für die Spannung in Abhängigkeit der Radien und der Ladung. Dann das Verhältnis dieser beiden Dielektriker der unterschiedlichen Materialien hier bestimmen, sodass diese beiden Spannungen gleich sind. Und dann die Gesamtkapazität der Anordnung berechnen, also wie viel Fahrrad, Mikrofahrrad, Nanofahrrad, was auch immer sind das. Und dann schlussendlich den Verlauf der elektrischen Feldstärke skizzieren. So, wie so üblich bei solchen Aufgaben, nehme ich mir jetzt mal hier den Aufgabenzettel, kopiere den und füge mir den mal hier in mein Zeichenprogramm ein. Und fange für den Aufgabenteil A mal mit der Farbe Blau an. Und das, was jetzt hier erstmal gefragt ist, geben Sie eine Gleichung für die beiden Spannungen in Abhängigkeit von den Radien und der Ladung an. Und ja, das ist eine Aufgabe. Also klar kann man ja jetzt was herleiten aus dem Gausschen Gesetz. Man kann aber auch einfach in die Wikipedia gehen oder in eine andere beliebige Formelsammlung der Wahl dort mal nach Zylinderkondensator suchen. Und dann findet man immerhin schon mal auch eine Gleichung für die Kapazität und für die elektrische Feldstärke, die werden wir nachher noch brauchen und auch für die Spannung. Und natürlich hängen diese drei Formeln irgendwie alle miteinander zusammen. Und die für die Spannung hier hinten, die nehme ich jetzt mal, kopiere die mal, anstatt die abzuschreiben. Also hier taucht auf jeden Fall die Ladung drin auf. Das, was hier Länge heißt, ist in unserem Aufgabenblatt eigentlich die Höhe. Also ich kopiere mir das mal hier rüber. Und schreibe mal davor. Also das ist jetzt die Spannung, um die es geht. So ganz allgemein statt der Länge hier bräuchten wir eigentlich die Höhe. So und jetzt und die Radii sind hier klein geschrieben. So, also jetzt kann ich das mal so ein bisschen anpassen und sagen, also die Spannung U1, die, die wir hier haben, ja, das muss eben sein. Die Ladung genauso durch 2 Pi H, so, da kommt jetzt das Epsilon 1 zum Tragen, die Permittivität, die wir in dem Bereich haben, in dem Material. Und dann steht ja hier sowas wie Außenradius durch Innenradius. Das kann man nochmal nachschauen auf der Wikipedia-Skizze R2 ist der Außenradius, R1 ist der Innenradius und zwar von der Schicht natürlich mit dem Dielektrikum. Und das ist jetzt in unserem Fall eben R1 durch R0. Also hier steht mal der natürliche Logarithmus von R1 durch R0. So und genau so eine Gleichung kann man jetzt auch für U2 aufschreiben. Da steht der gleiche Vorfaktor da, 2 Pi H, jetzt eben Y2 als Permittivität im Nenner und dann der natürliche Logarithmus wieder von Außenradius durch Innenradius dieser zweiten Schicht. Das ist R2 durch R1. Also bis jetzt nichts Spannendes passiert, außer Formel geschickt abgeschrieben und auf die konkreten Formelzeichen und Symbole dieser Aufgabe angepasst. Das sollte eigentlich die Lösung dieser Aufgabe sein. Kann man ein Häkchen hinter machen. So, wenn man wollte, kann man jetzt natürlich noch gucken und jetzt genau diese Gegebenheiten hier einsetzen. Also R1 soll zweimal R0 sein. Wenn ich hier zweimal R0 einsetze, dann wird aus dem Argument der Logarithmusfunktion einfach eine 2. Und ich mache schon mal mein Kamerafensterchen ein bisschen kleiner, nicht, dass ich gleich über meinen Kopf schreibe. Und ja, genau so werden wir hier hinten einsetzen. Also R2 ist dreimal R0, R1 ist zweimal R0. Dann bleiben wir hier hinten dreihalbe über. Dann wäre eben das Argument dieser Logarithmusfunktion, wären hier dreihalbe, was das gleiche ist wie 1,5. So, und das hilft uns auch schon mal so ein bisschen hiermit weiterzumachen natürlich. Wie groß muss das Verhältnis sein, damit diese beiden Spannungen gleich sind? Also wir können jetzt einfach in Aufgabenteil B, für den ich mal jetzt grün benutze, die beiden Spannungen gleichsetzen. Also wir sagen einfach U1 ist gleich U2 und setzen das ein und dann können wir schon sehen, okay, in einer, also das sind ja sowas wie zwei in Reihe geschaltete Kapazitäten. Wenn die Anordnung auf eine Ladung aufgeladen wird, dann haben wir in beiden Anordnungen die gleiche Ladung, weil die ja so wie in Reihe geschaltet sind, bei einer Anordnung in Reihe muss. Der gleiche Strom durch die Elemente fließen, Strom ist die Änderung der Ladung, Ladung ist das Integral vom Strom, wenn der Strom gleich sein muss, muss auch die Ladung gleich sein. So, also das heißt, die Ladung ist gleich in beiden Fällen, die können wir wegkürzen, das 2pH ist auch das gleiche, das können wir wegkürzen. Also das, was auf der Seite überbleibt, ist ein 1 durch y1 mal der natürliche Logarithmus von 2 und das, was auf der anderen Seite übrig bleibt, ist ein 1 durch y2, das y hier ist ein bisschen verunglückt, mal der natürliche Logarithmus von 3,5. So, und das, was jetzt gesucht ist, ist das Verhältnis yr1 durch yr2. Also wir nehmen, wir müssen jetzt mal y, ich mache das einfach mit y1, mal y1 rechnen, dann wandert das hier hoch und dann müssen wir durch diesen Logarithmus teilen, geteilt durch den Logarithmus, natürlich ein Logarithmus von 3,5. Und der wandert dann darunter und dann kriegen wir eben raus, das Verhältnis, das gesuchte Verhältnis von y1 zu y2. Und das, ja, also ich könnte jetzt allgemein mal hinschreiben, y1 ist yrelativ 1 mal y0 und y2 ist yrelativ 2 mal y0 und y0, weiß nicht, ist das hier nur von der Aufgabe gegeben? Nein, aber das kann man auch nachschlagen in der Wikipedia in einer Formelsammlung der Wahl oder man weiß es einfach, das sind 8,854 mal 10 hoch minus 12 und die Einheit sind Ampersekunden pro Voltmeter oder Fahrrad pro Meter. So, und das heißt, ja, die y0, das könnte ich auch rausstreichen, dann kann ich hier das auch direkt als yrelativ hinschreiben. Also das hier hoch multipliziert durch das geteilt, kommt hier drüben raus, das ist der natürliche Logarithmus von 2, geteilt durch den natürlichen Logarithmus von 3,5. So, und um das jetzt zu bestimmen mal, dafür nutze ich natürlich wie so üblich Octave und packe das hier mal rein. Also, der Logarithmus hier, der natürliche, das ist einfach Log, Log 2 durch Log 1,5, das sind ungefähr 1,71 als Verhältnis. Oder ich schreibe das mal so, 1,7095, roundabout ungefähr. So, das ist das Verhältnis zwischen diesen beiden Permittivitäten, dafür, dass die beiden Spannungen gleich groß sind. Okay, so, und damit können wir weitermachen mit Aufgabenteil C, für den nehme ich jetzt mal grau als Farbe und schreibt mal hier unten weiter. Und für Aufgabenteil C kann man jetzt wieder in diesen schon angesprochenen Wikipedia-Artikel schauen und kann jetzt hier die Formel nehmen für die Kapazität. Und die mal übernehmen und die müssten wir jetzt uns auch wieder hinschreiben für diese beiden Fälle. Also, nämlich einmal für C1, ja, und dann steht da 2Pi Epsilon 0 mal Epsilon Relativ 1, mal in unserem Fall jetzt die Höhe, ja, die Länge des Zylinderkondensators ist hier die Höhe. Und dort ist das Verhältnis in dem Logarithmus der beiden Radii, wie schon besprochen, 2. So, und da kommt dann irgendwas bei raus, das können wir gleich zahlenrechnungsmäßig in Oktav ausrechnen. Genau das Gleiche kann man für die zweite Kapazität machen, also gleicher Vorfaktor hier mal Epsilon Relativ 2 mal die gleiche Höhe geteilt durch den natürlichen Logarithmus von 3,5. Auch da kommt was raus. So, und jetzt sind diese beiden Kapazitäten ja in Reihe geschaltet. Das heißt, die Gesamtkapazität der Anordnung, die ergibt sich eben aus, schreibe ich vielleicht direkt so hin, C-Gesamt ist, so wie man Widerstände parallel schaltet, 1 durch C1 plus 1 durch C2 und davon das Reziproke ergibt die Gesamtkapazität. Und das können wir natürlich auch in Oktav ausrechnen, da sollte auch irgendein schöner Zahlenwert da rauskommen. Vermutlich nicht sowas allzu groß ist, ich würde jetzt irgendwas im, naja, Nano-Farad-Bereich schätzen. So, also zurück in Oktav. Und ja, eine Information natürlich, die fehlt uns hier noch irgendwie, nämlich irgendeinen Wert brauchen wir mal, also Epsilon R1 sollen 3 sein. Das soll jetzt 3 sein. Und dann können wir die Formel hier mal nach Epsilon R2 umstellen, indem wir Epsilon R2 hoch multiplizieren und durch dieses Verhältnis sozusagen teilen. Ja, ist dann eigentlich ein bisschen ungünstig, dass man das jetzt hier so in die Richtung aufgeschrieben hat, aber egal. So, also ich gehe mal vielleicht nochmal zurück und nenne dieses Verhältnis hier mal einfach K, definiere ich mir jetzt so, dass ich das K nenne und daraus folgt dann nämlich das Epsilon R2. Also ich will jetzt Epsilon R2 ausrechnen aus dem gegebenen Epsilon R1, ich multipliziere mal das und teile durch das K, also kommt hier raus Epsilon R1 durch K. Und da kommt ein Zahlenwert raus, der sollte jetzt dann eben, ja, auf jeden Fall kleiner sein als diese 3. Das sollte da passieren. Also, vielleicht ist es schlau, das jetzt in ein Skript zu packen. Ich bleibe einfach so hier in der Kommandozeile. Also ich schreibe mal Epsilon R1, das soll ein schön 3 sein. Und dieses Verhältnis, was wir vorausgerechnet haben, das nenne ich jetzt eben mal K, das sind diese 1,71 ungefähr. Und jetzt kann ich dementsprechend Epsilon R2 ausrechnen. Das ist das Epsilon R1 geteilt durch diesen Faktor K. Naja, und 3 durch 1,7 sollte jetzt auch irgendwie sowas wie 1, irgendwas ergeben. Kommt auch ungefähr 1,75 raus. Das passt ganz gut. So, dann brauchen wir das Epsilon 0. Das sind, wie schon angesprochen, 8,854 mal 10 hoch minus 12. Das hat die Einheit, wie hier drüben irgendwo steht, Ampersekunden pro Voltmeter. Dann brauchen wir die Höhe, die ist 1 Meter. Und das ist eigentlich schon alles, was wir brauchen. Jetzt können wir daraus ein C1 ausrechnen. Dann sieht man, was vielleicht jetzt an der Aufgabe auf den ersten Blick nicht so wahnsinnig intuitiv ist. Die Kapazität hängt überhaupt gar nicht davon ab, wie absolut groß diese Radien hier sind. Es kommt einfach wirklich nur auf das Verhältnis an von den beiden Radien. Also ich kann diese Zylinderkondensatoranordnung sehr dünn bauen. Ich kann die auch sehr dick bauen. Solange das Verhältnis der Radien gleich ist, ergibt sich daraus die gleiche Kapazität. Wenn ich das sehr dünn baue, werde ich da nicht so viel Ladung drauf bekommen, weil die Spannungsfestigkeit nicht so groß ist. Dann brauche ich eine sehr große Feldstärke neben die Elektrikum. Die sollen wir gleich noch irgendwie darstellen. Und dafür müssen wir dann irgendwie mal Maße festlegen und auch eine Spannung festlegen, um auf eine Feldstärke zu kommen. Die können wir aber irgendwie normieren. Wahrscheinlich kommt es ja auch bei der Lösung nur so ungefähr auf den Verlauf eben an. Ja, aber die Kapazität, die wir jetzt hier ausrechnen und für die hier drüben eine Formel aufgeschrieben ist, die ist komplett unabhängig davon, wie dick jetzt dieser Zylinderkondensator tatsächlich ist. So, also Formel lautet 2 mal Pi mal Epsilon 0 mal Epsilon R1 mal die Höhe, geteilt durch den natürlichen Logarithmus von 2. So, und da kommt was raus, das kann ich jetzt auch mal 1 in 9 rechnen, mal 10 hoch 9, dann sind das 0,208 oder 0,241 Nanofarad. Und Ausgleiche kann ich noch für C2 machen. Dann brauche ich hier eine 2 und ich brauche hier eine 2 in der Formel und hier muss dann 3 halbe stehen. Und dann ist das wie, ja auch nicht anders zu erwarten, natürlich genauso groß. Warum ist das genauso groß? Also ich kann ja hier nochmal diese Rechnung machen, weil wir ja gefordert haben, irgendwo mal, dass diese beiden Spannungen gleich groß sind. Und in der Reihenschaltung, wie schon vorhin erklärt, sollen ja auch die beiden Ladungen gleich groß sein. Wenn die Ladungen gleich groß sind und die Spannungen gleich groß sind, Kapazität definiert ist als Ladung pro Spannung. Da müssen natürlich auch die Kapazitäten gleich groß sein. Also hier schreibe ich mal hin, das sind auch 0,241 Nanofarad und das ist auch genauso groß wie C1. Und damit, also wird diese Rechnung jetzt auch ein bisschen einfacher, weil hier kann ich einfach rechnen, das ist C1 halbe und dann sind das 0,12 Nanofarad. Einfach 24 durch 2 geteilt ergibt 12. So, damit können wir eigentlich auch ein Häkchen hier hinter diesen Aufgabenteil machen, in dem die Gesamtkapazität ausgerechnet wird. Und jetzt ist hier noch die letzte Aufgabe, man soll den Verlauf der elektrischen Feldstärke skizzieren. Und dafür werfe ich nochmal wieder einen Blick in den Wikipedia-Artikel, weil hier steht dann nämlich nach einer länglichen Herleitung, wie gesagt, auf Basis des Gausschen Gesetzes, dass die Feldstärke abhängig vom Radius sich zu dieser Form ergibt. Und jetzt sieht man schon, naja, also was wir jetzt hier brauchen, ganz offensichtlich, ist eine Spannung und ist tatsächlich eben sowas wie eine Radius-Koordinate. Und ja, also für den Aufgabenteil D, für den ich jetzt mal hier rot nehme, nicht weil es falsch ist, sondern einfach, weil man es dann gut sieht, den kleinen Restteil, den es hier gibt. Also legen wir jetzt mal fest, und irgendwie leckt mein Computer gerade ein bisschen, dass die Spannung 100 Volt sein sollen. Also einfach, weil man damit vielleicht gut rechnen kann. Und wir sagen mal, was ich, der Radius hier, also der Radius 2 zum Beispiel, außen, das sollen mal 10 Zentimeter sein. Und das sind 0,1 Meter. Ja, einfach damit man irgendwelche Zahlenwerte hat. So, und die restliche grafische Darstellung, die mache ich jetzt in Octave. Also das heißt, ich suche mir mal hier die Formel, mache das mal vielleicht ein bisschen kleiner, dass ich das Octave-Fensterchen noch daneben bekomme. Und packe mir hier irgendwo oben das Octave-Fenster hin, sodass ich hier auch noch meine Zahlenwerte ein bisschen sehe. So, und gib mal ein, also Spannung sollten 100 Volt sein und R2 soll mal 0,1 Meter sein, was dann eben 10 Zentimeter entspricht. So, und jetzt können wir gucken, also R0 sollte ein Drittel dann davon sein und R2 sollte das Doppelte von R0 sein. Also können wir erstmal R0 ausrechnen, R0 wäre dann eben R2 Drittel, das müssten jetzt 3 Zentimeter sein und R1 wiederum sind 2 mal R0, das müssten 6 Zentimeter sein und das kommt auch aus. So, und jetzt haben wir eigentlich alles hier für diese Formel und jetzt will ich das natürlich direkt in Octave plotten. Man könnte das jetzt auch einfach sich so grafisch darstellen, also weil das, was hintersteckt, ist ja einfach nur eine Hyperbel mit einer 1 durch R Abhängigkeit. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Platz, das zu zeichnen, habe keine Lust, ein neues Blatt anzufangen, außerdem habe ich kein Kästenpapier. Ich mache das jetzt in Octave. So, und dafür brauche ich auf jeden Fall mal einen Bereich R, den lege ich jetzt so hin, dass der eben geht von R0 bis R2. Ja, und also so, dass das hier zu meiner Geometrie passt, in dem Bereich von R0 über R1 bis R2, da will ich die Feldstärke haben. Ich unterdrücke mal die Ausgabe, da müssten jetzt hier, sieht man hier, 100 Werte da drin sein. So, und jetzt brauche ich eben zwei unterschiedliche Formeln für die zwei unterschiedlichen Bereiche, also nämlich einmal sozusagen innen und einmal außen, in dem inneren die Elektrikum und im außen die Elektrikum. Und da gibt es ja jeweils unterschiedliche Faktoren oder Argumente innerhalb dieses Logarithmus. Einmal innen stand dann eine 2 für das Verhältnis der Radii und einmal eben 3 halber oder 1,5. So, und jetzt kann man so gucken, also ich könnte jetzt, ich kann, ja, kann das so probieren, dass ich mal sage, ich lege mir ein, ein Vektor an für meine Feldstärke und packe da überall Nullen rein und lasse bitte die gleiche Größe haben wie dieser Radius. So, und wenn ich dann hier so ein bisschen scrolle, dann sieht man, okay, hier stecken jetzt auch genau 100 Werte drin. So, und jetzt kann ich gucken, also wenn das R kleiner ist, ich mache mal kleiner gleich R1, ja, dann will ich ja irgendwie diese Formel hier haben. Also, dann steht da U geteilt durch und jetzt muss ich eben von den R's die einsetzen, wo das R kleiner gleich R1 ist und ich muss das Ganze mal den Logarithmus von 2 rechnen. Ja, oder ich kann ja auch den Logarithmus eben einsetzen von R1 durch R0, so wie das jetzt in dem Fall ist. Und ich unterdrücke jetzt mal nicht die Ausgabe, sondern rechne das mal aus. Jetzt sollten also die ersten 50 Werte im Prinzip mit Werten belegt werden, wo Feldstärken drinstehen. Oh, und jetzt geht das nicht, weil ich muss, ich will ja nicht durch diesen Vektor hier teilen, sondern ich will elementweise durch diesen Vektor teilen, also muss da noch ein Punkt durch hin und dann sieht das auf den ersten Blick ganz gut aus. Ja, also die ersten 49, 50 Werte haben jetzt einen Wert bekommen und die anderen sind noch 0, so wie ich die 0 vorbesetzt habe. Und jetzt kann ich das nochmal machen und sagen, also wenn der Radius größer ist als R1, dann bin ich ja in dem zweiten Bereich und hier muss ich jetzt auch einen größeren draus machen und die Radii von dem zweiten Bereich einsetzen. Im zweiten Bereich ist das Verhältnis der beiden Radii eben R2 durch R1. Dann steht da was anderes in dem Logarithmus drin und wenn ich das jetzt mache, dann sollten die zweiten Werte auch bestimmt werden. Ja, also jetzt stehen die ersten 50 drin und die zweiten 50, die ab hier irgendwo noch leer waren, die haben jetzt auch einen Wert bekommen. So, man sieht schon, dass das hier irgendwo an dieser Stelle 49, 50 zum 51. Wert springt das jetzt. Ja, wenn ich mir das jetzt mal darstelle, also in Abhängigkeit des Radius mir die Feldstärke anschaue, dann erscheint der Plot wie immer auf einem anderen Bildschirm, aber ich kann ihn mal hierher ziehen. Ja, dann haben wir hier eben R0, R1, R2. Das ist so, wie die Ortskoordinate langläuft und das ist so, wie sich die Feldstärke verhält. Und die Feldstärke ist eben innen am größten, dann nimmt die mit 1 durch dem Radius ab. Das ist das innere Dielektrikum mit der Permittivität Y1. Ich kann ja die Skizze nebenbei nochmal aufmachen. Ja, also wir gucken uns jetzt eine Ortskoordinate an von hier, von hier nach hier. Das ist das R, was wir uns anschauen und jetzt in Abhängigkeit von dem R eben die Feldstärke. Und da sieht man in der Mitte, hier ist die am größten, dann nimmt die eben mit dem Radius ab. Und weil ja dann das YR2 hier, also kleiner ist vom Wert her, kriegen wir hier nochmal eine größere Feldstärke und die nimmt dann auch wieder ab. Also die Feldstärke springt hier um einen bestimmten Betrag. Und wenn man sich jetzt mal den Sprung anschaut, jetzt muss ich wieder in das Oktave rein, also wir suchen uns mal jetzt genau diese beiden Werte hier oben raus. Oder wir können die auch einfach kopieren. Oder das sollte der 51. Wert sein, also ich den 51. Wert nehme und durch den 50. Wert mal teile. Das sind jetzt genau die beiden Werte hier oben an der Stelle. Also E51 durch E50, dann kommt da 1,9 raus, 1,69, 1,7. Das ist ungefähr genauso groß wie das K, also das Verhältnis der Permittivitäten, das vorher da in die Lösung eingesetzt wurde. Ja, also was wir hier in Aufgabenteil B so bestimmt haben, dass die beiden Spannungen genau gleich sind. Also das passt, das erscheint ganz logisch, wenn man wollte und könnte, sollte man jetzt natürlich noch ein bisschen Zeit investieren, vielleicht immer die Achsen vernünftig zu beschriften, also Radius, Feldstärke. So, und was man noch machen kann, schlussendlich, um so einen kleinen Plausibility-Check mit dieser Aufgabe zu machen. Also das ist ja Feldstärke hier. Feldstärke sind Volt pro Meter. Das hier unten ist Radius, Radius in Meter. Wenn ich jetzt die Feldstärke nehme und die über den Radius integriere, dann sollte da wieder eine Spannung rauskommen. Und zwar genau die Spannung, die wir vorgegeben haben, nämlich genau die 100 Volt. Ja, und das kann ich ja mal probieren. Für diese numerische Integration gibt es in MATLAB oder Octave eine Funktion, die heißt TRAPS aufgrund der Trapezregel. Ja, man macht sowas wie eine Approximation des Integrals durch viele kleine Trapezen einer Summe. Und da sieht man, wenn man das benutzen möchte, muss man sozusagen sagen, TRAPS XY, X-Werte, Y-Werte und dann sollte das dabei rauskommen. Also wenn ich jetzt sage, TRAPS, meine X-Werte sind die Radii und die Y-Werte ist die Feldstärke, dann kommen da 200 raus. Oh, ganz interessant. Ja, warum? Naja, weil ich ja in beides 100 eingesetzt habe. Also das ist natürlich ein kleiner Fauxpas. Also an der Stelle, wo ich hier die Feldstärken ausrechne, hier müsste natürlich U-Halbe stehen, weil die Spannungen sind ja in Reihe geschaltet. Über jeder Permittivität habe ich nur die Halbe. Gut, dass wir nochmal eine Probe gemacht haben. Also da muss nur die eine Hälfte stehen und bei der anderen Formel hier muss auch nur die Hälfte stehen. So, und dann, wenn ich das nochmal plotte, wie schon gesagt, dann bleibt an diesem Diagramm und an den bisherigen Auswertungen aber genau das Gleiche, bloß dass diese Werte ja alle einmal halbieren. Und wenn man jetzt eben mal diese kleine Probe macht, die Feldstärke über den Radius integriert, dann kommen da 100 bei raus. So wie das auch genau sein sollte, genau die 100, die ich reingegeben habe in diese Rechnung. So, und das kann man, könnte man, wenn man wollte, sich jetzt auch nochmal auf ein bisschen andere Art und Weise darstellen. Es gibt nämlich noch eine zweite Funktion, die heißt Cumtraps, das ist so ein Cumulative Numerical Integration. Die funktioniert genauso. Also ich übergebe ja auch x und y von meiner Funktion, also Radius und Feldstärke. Und dann kriege ich auch nicht eine Spannung zurück, sondern ich kriege, naja, sowas wie die Stammfunktion zurück. Also wenn ich das mal mache, U von R nenne ich das mal. Das ist jetzt Cumtraps und ich klicke mal auf Enter, dann kriege ich jetzt 100 Werte zurück. Und da sehe ich, der erste Wert ist 0, es fängt bei 0 an. Der letzte Wert sind 100 und das plotte ich mir jetzt auch nochmal in eine zweite Figure rein. Die ist wie so immer auf dem anderen Bildschirm aufgegangen. Die packe ich mal irgendwie hier hin. Ein bisschen kleiner und die auch noch ein bisschen kleiner, dass die nicht so sehr hinter meinem Kopf verschwindet. Und in diese zweite Figure, gucken, dass die aktiv ist, da plotte ich jetzt im Abstand von dem Radius R mal die Spannung rein. Und dann sieht man, dass die eben bei 0 anfängt, wenn ich jetzt noch ein Gitternetz dazu packe, dass die hier in der Mitte so einen kleinen Knick macht. Der Knick kommt eben wieder dadurch zustande, dass ich diese geschichteten Elektriker habe, dass das hier ein bisschen höhere Permittivität hat als hier hinten. Und an diesem Knick, auch wenn hier keine Gitternetzlinie liegt, da gibt es eben genau die Spannung 50, genau die Hälfte der Gesamtspannung 100. Also genau das, was hier vorher mal gefordert wurde, wie groß muss das Verhältnis sein, damit die beiden Spannungen gleich sind. Auch das sieht man nochmal als Probe schön in diesem Diagramm hier. Und das ist damit jetzt aus meiner Sicht eine vollständige und sicherlich auch sehr anschauliche, mit ein paar Proben eingebaute, was auch sehr gut war, weil ich mich einmal an einer Stelle kurz verrechnet habe. Faktor 2 vergessen bei den Spannungen. Lösung dieser Aufgabe mit so ein bisschen Hilfe beim Plotten in Octave. Aber naja, also wenn man wollte, hätte man jetzt hier so eine 1 durch R Funktion mit so einem Sprung um diesen Faktor 1,7. Das hätte man, wenn man wollte, auch noch gerade so ein bisschen von Hand hinbekommen.